Ah, der royale Jägermeister, natürlich, das ist so, das ist, was ist das dann, ein Kräuterlikör mit, 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 mit Goldflöckchen drin, oder, oder wie soll ich das verstehen, ich hab keine Ahnung. Ich find's auf jeden Fall auch toll, dass der sich quasi diese Stellung dann, äh, erkauft, wer ist das Großväterchen? Hallo, Sonne. Ich bin nicht dein Sonn, Gramps. You guessed my name. They call me Gramps around here. They call me all kinds of things. Mostly Geralt, or Scabbed Freak. Well, people exaggerate. I don't see many Scabs. No offense. None taken. But I'm likely to earn some trekking through this swamp. Yes? Äh, ich suche Arbeit. I'm looking for work. Ah, swords. I suspect I know the type of work you seek. Perhaps you could escort me to the chapel for my prayers. I'm old and no longer good at driving monsters off with my staff. Mmh, blablabla, blablabla, ja. I was thinking about paying work. But all right, I'll take you there. Gut, machen wir. So, zum Militäle schreien. Muss ich vorauslaufen, oder wie? Nö. Äh, was ist jetzt mit ihm? Ach, jetzt. Ach, er folgt mir. Ja, er folgt mir, wenn er mir denn mal folgt. Ähm, okay. Das heißt Militäle schreien. Wir müssen nah hin. Schreien der Militäle. Ich hoffe, der folgt mir. Ja, er folgt mir. Ähm. Was ist denn jetzt? Das heißt Militäle schreien. Humans communicate with Fischoids by leaving objects on special altars. Each item has specific symbolic meaning and is read as an intention. The Vodjanoi answer in the same manner. What kind of objects? Jello and I don't care. You'd need to speak with one of the worshippers. But brickmakers don't divulge their knowledge to potential blasphemers. Okay, gut zum wissen. Gut zu wissen. Auch interessant. Naja, ist halt so. Ähm. Oh, nö. Die werden wir jetzt auch noch erlegen. Hallo, Geralt? Ach so, die ist schon tot. Na gut, dann musst du dich nicht mehr bewegen. Natürlich. So. Die Beute. Hier die Wurzelstücke. Aber was? Nein. Ach, der Sporkopf. Okay. Interessant. Ach so, okay. Ist das Scrams? Das ist Scrams. Okay, na gut. Dann, äh. Ich hoffe, ich komme denen da drüben nicht zu nahe. Ach so. Na dann. Ja, klar. Ähm. Ich muss da rüber, ne? Folgt der mir? Ja, der folgt mir. Nice. Okay. Ähm. Ich könnte auch mal ganz kurz was schnabulieren. Hier einfach mal ein Brötchen. So ein ganzes Brot einmal abbeißen, wegwerfen. Wie die das halt auch immer machen in Spielen. Ist halt so. Aber es ist nur virtuelles Essen. Das darf man verschwenden. Wenn man Lust und Laune dazu hat. Es ist zwar nicht gut, wenn man es verschwendet. Weil man könnte es ja auch sinnvoll einsetzen. So. Nein. 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 Äh, äh. Hier. So unbekannter Trank. Ich bin eine Schwalbe. Ich habe Schwalben. Ich habe mir Schwalben gemacht. Ich weiß, dass ich Schwalben habe. Äh. Äh. Boclair Weiß. Toussaint Rot. Tafelwasser. Tafelwasser. Ähm. Schwalbe. Hier. Ach so. Natürlich. Warum auch nicht? Ich. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich. Warum speichert der nicht jedes verdammte Spiel speichert bei Schnellreisen. Oder bei irgendwelchen, wenn man Gebiete betritt. Ich bin sterb. Ich weiß es. Ich weiß es. Ja, ja, jeder muss mal sterben, das wissen wir alle So, ich geh zum Teich, äh, zum Deich, natürlich, ich geh zum Deich, ähm Fahre in den Sumpf und, äh, ja Dort wird mich ein, äh, ich, ich, es juckt mich in der Nase, dass mich dort ein, ein alter Mann erwarten wird Mit Namen Grams oder Großväterchen Ähm Ja, ich bin ja eh aufmerksam So, Fehrmann Fehrmann, setz mich über Ja, bring mich auf die andere Seite, ja, ich bezahle dich, ja, möchte ich, ja, 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 ja Wie oft habe ich jetzt gerade Ja gesagt? Senden Sie jetzt einen Brief mit der richtigen Anzahl an, äh, ja, Ihre Großmutter und gewinnen Sie 2 Euro Viel Spaß So, ja, alle eure Großmütter machen hier bei meinem Gewinnspiel mit und haben sich bereit erklärt, auch die Kosten dafür zu tragen. So, hier, Jean-Pierre. Ja, ja, ich, äh, hier Anzeige, ja, habe ich hier, da, dann wirst du der Jägermeister, lebt wohl. So, Großväterchen, hallo. Hallo, ja, grüß dich, ja, ja, ja. Ja, machen wir. So, darf ich jetzt speichern? Ja, ich darf jetzt speichern. Sehr schön. Ähm, jetzt mache ich das aber gleich so, hier, die Schwalbe gleich hier rein. Ähm, unbekannter Trank. Ich habe keine Ahnung, was der macht und warum ich den mir mitschleppe. Ich habe keine Ahnung, nicht den leisesten Schimmer habe ich. So, dann laufen wir da nach vorne, dann, äh, talken wir wieder mit dem, mit dem alten Großväterchen. Alles easy going hier. So. So. Ja, 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 komisch, ich, komisch, dieser, dieser Dialog, er kommt mir so bekannt vor. Ich weiß nicht, woher. So, gehen wir mal da rüber. Ich glaube, hier kommt eine Archespure jetzt. Jo, genau da. Ja, 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 okay. So, habe ich unabsichtlich doppelt gekriegt. Ich finde das, ich finde das auch toll. Wie mich diese Archespure plötzlich fertig macht. Ich habe vorhin kaum Schaden genommen. Jetzt plötzlich macht die mich fertig? Warum? Hat er das Stahlschwert gezogen? Kann das sein? So, jetzt werde ich nach dem Gespräch safen. Ich will eine bessere Rüstung haben. Ich will ein besseres Schwert haben. Ich will da durchgehen und will zumindest wissen, dass ich alle besiegen kann. So, labern Sie mich bitte voll. Klaipitz. Das ist, wo diese Lunatiker arbeiten. Huh, sie sehen normal für mich. Ja, 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 okay. Ist interessant. Ja, schön, danke für die Aufklärung. Ich speichere hier. So, hier. Da kommt die Archespure. Und ich muss niesen. Jetzt kommt sie da drüben. Hallo. Angreifen. 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 Warum nehme ich Schaden? Die schlägt mich nicht mal. Was? Was zur Hölle? Ja. Ja. Jetzt lad das halt. Alter. Moment. So. Da bin ich wieder. Meine Nase läuft. Ich hab keine Ahnung, wo sie hinläuft. Aber. So. Moment. Hier, Tagebuch, äh, Ungeheuer, Archespur, Anfälligkeit, Silber und Einäscherungsversuche. Jawohl, Einäscherungsversuche, Silber. Ich hab Full Heal. Ich bin ein Full Lifer. Da. So. Alter, war das knapp. So, ich muss erstmal was essen. Hier ein paar Weinträubchen. Ein paar Weinträubchen können nicht schaden, das machen wir gleich. So, äh, ein Hammelbein oder noch ein paar Weinträubchen hier. Ich kann nichts essen. Achso, weil ich noch nicht mit Essen fertig war. Ja, natürlich. Oh, nichts mit Meid. Ja, außer vielleicht einem Schnitzelhammer. Oder so. Willecktes Brot mit Huhn. Äh. Warum regeneriert der eigentlich so langsam? Das, ich, kann ich hier 10 Minuten stehen und regenerieren? Ja, mach ich. Ähm. Auf jeden Fall speichere ich jetzt. Das Krasse ist, da hinten kommen jetzt nämlich Gegner. Das, äh. Ist toll. Ist hier wenigstens... Hallo, ist hier irgendwo eine Feuer... Hallo. Jetzt. All... Was zur Hölle? So, ist hier eine Feuerstelle? Ich will meditieren. Ich will healen. Hier ist alles, aber keine Feuerstelle. Da vorne ist ein Feuer, aber da kann ich nicht wirklich was machen mit. Toll. Ups, da. Halt die Klappe. So. Ähm. Ich hab die Schwalbe nicht ausgerüstet. So. Ähm. Brot essen. So. Und F5. Ähm. Ja. Schön. Das heißt, egal wo ich jetzt lang gehe... Ich sterbe so oder so. Es sei denn, ich nehme eine Schwalbe, die ich mir nicht leisten kann zu verschwenden. Weil ich nur zwei davon habe. So. Enough. Come on, enough. So. Come on, enough. So. Haben wir das jetzt auch wieder sehr schön. Ähm. Ja, schon wieder Hunger. Na dann. Na dann ist ja alles klar. So. Äh. Gerald, beweg dich bitte. Danke. Entschuldigung. Ich hab das Mikrofon geschlagen vor lauter... Glückseligkeit oder so. Ich hab keine Ahnung. Warum man halt auch immer, äh... Mikrofone schlägt. Enough. Come on, enough. Ach, du Schande. Come on, enough. Enough. Come on, enough. Enough. Come on, enough. So. Angreifen. So. Angreifen. Einäschern. Natürlich. Warum auch nicht. Warum auch nicht. Laden. Mann. Ich will doch nur einen alten Mann zu einem Schrein bringen. Das kann doch nicht so schwer sein. Alter. So, hier entlang war das, ne? Yo. Grob gesagt, ja. Ja, die drei Inseln, das ist wunderschön. Warum? Was erzählt der mir jetzt? Drei Islands, die sie kenne, das ist das. Eine Bühne, die nennen Selandine, stürzt hier. Wann sie über Herben? Ich bin kein Herbalist, aber habe ich so viel in meinem Gehörer gesehen. Zum Beispiel, zwei Dosen Selandine, kombiniert mit Nasen-Sorten, produziert eine Bombe, die magische Angst vorstellt. Wichtig. Hordes von Blödswigers enthalten das Schwamp. Wenn du zwei Dosen von ihrem Blut bekommen, mixst sie mit Abomination-Lymphen und Echinops-Sporern, Ja, oder wir sterben später, das können wir natürlich auch machen. Ähm, 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 hier, ähm, ich kann mir gerade kein Zeichen leisten, das ist wunderschön, ähm, so, ähm, ein Tränkchen trinken, hier, so, eine Schwalbe, Dankeschön, achso, ja, natürlich, die Giftwolke, warum auch nicht, so, so, gut, ähm, blötziger Blut, äh, ja, 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 Maribor Wald, ähm, was macht Maribor Wald nochmal, ich habe keine Ahnung, habe ich da nicht schon ein bisschen mehr Blut von denen, nö, habe ich erst einmal, weil ich erst weiß, dass es das gibt, seit mir der alte Mann davon erzählt hat, natürlich, äh, Großväterchen, so, die drei Inseln, so, ähm, ja, natürlich, hier, Achespure, tschüss, Achespure, tschüss, war schön mit dir, kann ich davonlaufen, läuft er auch davon? Nein, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen läuft er nicht davon, er stellt sich lieber seiner Angst und, äh, brüllt, dass er genug hatte, so, dankeschön, so, ich speichere, ähm, da vorne ist der Schrein, nicht wahr? Ja, es ist nicht mehr weit, ach, hier, so, ich nicht, ja, natürlich, du kannst natürlich auch alle treffen mit ihm, außer diejenigen, die es wirklich verdient hätten, so, machen wir das mal ganz kurz, so, ja, wir wissen doch, dass du genug hattest, so, dankeschön, Achespure, dankeschön, 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 so, dann haben wir das jetzt auch, dann speichere ich jetzt hier auch, ähm, ja, okay, nein, ach, nö, warum, 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 schmeiß mir halt, schmeiß mir halt 50 Monster in den Blick, damit diese kleine Aufgabe, auch, ja, die schwerste aller Zeiten ist, so, hier, schrein der Militäle, wir sind da, alter Mann. Aha! Aha! Ein anderer Wälder? Was kannst du mir über ihn erzählen? Well, nicht viel, son. Er wollte über Fragen fragen, und sieht wie einer mit einem sauernden Stammach. Ich bin nicht so interessiert in das. Ja, ich weiß, ich weiß, er feiert etwas oder jemanden. Er hat die meisten Zeit nahe in den Pitten, wo diese wilden Idioten klingeln. Dankeschön, Gramps, das hilft. Okay, aber das kenne ich schon. So, und was ist jetzt mit dem... Ja, dann, 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 dann bete halt. So, wir speichern erst mal, und ich verabschiede mich für diese wunderbare Aufnahme jetzt hier, ähm. Ja, ich muss das Ganze nämlich jetzt noch ein bisschen schneiden und mindestens noch eine Folge rendern über Nacht, damit ich den Morgen früh quasi hochladen kann, ähm, damit ihr morgen eine Folge habt. Das heißt, wenn ihr das jetzt hier seht, ich hab das vor knapp, ähm, 20 Stunden aufgenommen. Klingt komisch, ist auch so. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, und lasst's krachen. Ach so, ja, stimmt. Wenn ihr das hier jetzt seht, dann, äh, hab ich das gerade vor drei Tagen aufgenommen. Also, wenn ihr die erste Folge gesehen habt, dann hab ich das bei der ersten Folge, bei der Veröffentlichung, circa 20 Stunden vorher aufgenommen. So, so rum wird ein Schuh draus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. wünsche euch noch eine gute Nacht und, äh, ja, tschüss.